so jetzt einfach willkommen hier zu dem blödsinnigen spiel hier let's play resident evil hd remaster folge 20 was ist das läuft an an den vielen kerzen vorbei zu dem wasserabschnitt nicht doch am wasserabschnitt das feuer ist erloschen aber hier vor kurzem das denke ich vollkommen was ist da eine riesige ja kommen sie sind alle aber schicke graf also schicker bildschirm hier kommt das mutter wasserabschied und entlaut folgt dem weg achtung schlangen sammelt den schmuckkasten ein ach du scheiße jetzt geht die bar sammelt den schmuckkasten ein wo denn jetzt sammelt den schmuckkasten ein der da oder kommt gott wenn ich jetzt kein ding gehabt hätte hätte ich schreien angefangen schmuckkasten schade aber ja ja gut gut das sieht schon ein bisschen eher nach horrorspiele aus hier die schicke da ist also was was ist denn das sagen wir das mitnehmen ja nehmen wir mit weit ist jetzt und durch die schmuckkasten müssen untersuchen aber es hat die java noch hier das ist doch hier waren das ist schon eher im laufe der kinder hat das ist schon ein bisschen eher so wahnsinn so hannibal lector und der ganze kack schau her das ist doch schon ein bisschen eher horrorszenario dieses bett ist doch warm ich krieg flühe na gut jetzt jetzt muss ich bin ich doch wieder leicht entschädigt hier für meinen fuß weil das ist schon ein bisschen witzig hier also so stelle ich mir ein horrorspiel vor so wahnsinn in tüten also dass das ist muss man jetzt schon mal endlich mal ein bisschen horror hier gut klettert die leiter hinauf na gut dann klettern wir die leiter hinauf das ist doch hier hannibal lector in person komm hannibal leckt mich wo muss ich jetzt darüber so geht es denn dahin wollen wir das wissen vielleicht vielleicht wollen wir es gar nicht wissen na da ist ein heilkräuter gut eine reihe verwitterter alter fässer die anscheinend wasser enthalten das ist schick warte chill in großaufnahme ist aber auch ein schicker screenshot das ist jetzt schon ein bisschen horrorszenario oder dann ist da noch ne leiter oder genau was sagt die lösung klettert die nächste leiter hinauf warte ja das schaut jetzt schon ein bisschen schick aus hier oder also horror mäßig gut wenn es dann jetzt wieder hier so hirschungs herz schießen dann fragen die worte jetzt bin ich jetzt bin ich wieder er schreibmaschine aha jetzt bin ich wieder da wo geht es jetzt raus wo geht es denn jetzt raus wortet da um die kurve ach da hoch glaube dann inventar box und schreibmaschine oder schreibmaschine ich krieg flühe jetzt habe ich kein farbband mehr wenn ich ein vöglein wäre wo ist jetzt die drecks dings da das klingt immer als wäre einer drin hauptsache speichern weil das wenn ich das jetzt noch mal machen müsste dann will ich würde ich schreien gut jetzt müssen wir als haben als spiel aber noch ein bisschen weiter weil fünf minuten haben wir erst gespielt dann machen wir hier noch ein paar dinger haben wir noch paar dinger weg hier kommt da jetzt rein klack 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 jetzt müsst ihr wieder zurück zu dem herrenhaus nimmt vor dem schuppen das stein nimmt vor dem schuppen der stein und metallobjekte damit kann ich das nicht weil warte jetzt muss ich gespeichert haben wir jetzt muss ich in der drecks box wieder das ding rein tun das farbband metallobjekte nimmt vor dem schuppen das stein und metallobjekte damit ich krieg flühe jetzt habe ich nicht ob das und geht es nicht raus ach komm warte wo geht es denn da raus doch da geht es raus da ist noch eine karte oder wie da ist eine karte von engenhof mitnehmen ja die hatten wir aber schon oder sie haben die karte von das spiel wirklich nehmt vor dem nehmt vor dem schuppen vor welchem schuppen und wie komme ich raus ich will sie nicht mehr nehmt vor dem schuppen ist es jetzt ist die hütte das sind schuppen ist ach komm schuppen das ist jetzt nicht der schuppen oder das ist die hütte schuppen ach das ist da jetzt kommt gleich wieder einer kommt wo geht es denn jetzt überhaupt zurück da lang oder vor dem schuppen wo geht es denn wo geht es denn jetzt kommt gleich wieder irgendwie wie geht es denn lang wo geht es denn lang das kann doch keine sau da lang vor dem schuppen ja ich muss leider dauernd da ist einer muss leider dauernd schauen da jetzt kurve das ist saublöd das muss man jetzt mal ehrlich sagen dass das saublöd ist mit der perspektive da ja liebe konstanze da kannst du auch nichts dafür das ist saublöd wer sich so ein kack ausgedacht hat das ist so dadurch oder schuppen das ist beim haus da oder vor dem schuppen da ist noch einer da kommt kommst du kommst du so schuppen das ist so daraus oder wenn du jetzt zurück ins herrenhaus gell und vor dem genau da waren die komischen schuppen da geht es lang da geht es lang da geht es lang schuppen ist das schuppen vor dem schuppen vor dem schuppen ist nach dem schuppen nehmt vor dem schuppen der stein und metall objekt wieder mitkommen ich krieg wo bin ich jetzt bin ich wieder das stein und metall objekt wieder mit metall objekt prüfen stein und metall objekt was soll das mit dem stein und metall objekt sie haben gestein ring das hat man aber schon mal oder kommen dass wir keine sau wissen metall objekt stein muss ich das kombinieren metall objekt stein kombinieren worte prüfen das muss ich wahrscheinlich mit dem anderen ja was dort was lassen wir mal nehmen vor dem schuppen im herrenhaus angekommen nehmt ihr den steinring aus dem schuhkasse erhaltet das stein und metall objekt wieso muss ich das sollte nun zwei stücke haben mit denen ihr euch in die ein ja haltet ein weiteres stein und metall objekt ihr solltet nun zwei stücke haben ich habe aber keine zeit also das muss ich jetzt kombinieren mit dem dann habe ich das stein und metall objekt aber ich brauche zwei sagt er sagt der lösungsschreiber und wo ist jetzt vor dem schuppen das ist doch der schuppenwitz oder ich kriege viel ist jetzt daraus wieder oder worte ist das vor dem schuppen warte war war warte mal da war irgendwo war doch so ein ding sollte ja ja warte ich kann mich schwach erinnern irgendwo war doch so ein drecks ding da wort ne das war aber nicht da das wo waren das drecks ding worte vor dem schuppen der irgendwo war das drecks ding da das muss ich jetzt suchen ist das jetzt auf der anderen seite wart mal hoffentlich das ist jetzt könnt ihr sein worte da war dort das ist das genau und spiel sort der hat was gibt das war mein handy mein handy hat akku probleme warte moment tschuldigung muss ich schnell einstecken jetzt was genau die einfachung mit dem jahr sie ist jetzt habe ich zwei dinge als worte genau aha jetzt gehe ich wieder rein und speicher ich oder wo geht es rein soll zwei stein woher sollst du das wissen im herrnhaus angekommen fällt dich ein idiot an genau speichern das war die einweg tür aber das kratzt mich jetzt nicht mehr weil ich will unbedingt jetzt speichern weil sonst war richtig schreien und warte wie lange haben wir noch und wir können noch eine viertelstunde spielt jetzt habe ich kein farbband mehr als nämlich ein farbband 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 liegt da am boden noch was das da nee nee jetzt speichern ich da komm ja na gut da jetzt gut freunde jetzt müssen wir noch die vierte stunden spielen damit das video voll wird jetzt muss ich in die eingangshalle denen ihr euch mit denen ihr euch in die eingangshalle begebt eingangshalle jetzt komme ich da unten immer durch ist klar jetzt muss ich wieder oben rauf jetzt kommt gleich wieder einer muss ich oben rauf wo jetzt warte darum da ist auch eine einweg tür da jetzt raus in den dunklen gang oder ja wenn wir es mal ein bisschen gespielt hat jetzt kommt der dunkle gang oder da 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 raus dann sind wir in der eingangshalle wahnsinn oder und wo sich die besitzte unten einsetzen oder worte lauf die treppe eingangshalle begebt lauf die treppe runter zu der tür aus der die unheimlichen geräusche stammen ne das war die dreckstür wo jetzt da ist da ist warte geht es da noch runter warte geht es da noch runter ah ja da oder da geräusche ah da das ist das jetzt oder aha oder geräusche unheimliche sätze ah ja rechts und links neben der tür sind achteckige kackbuchtungen ein buch es wurde dadurch dreck objekte einsetzen oder das brauchen sie jetzt nicht leck mich am arsch rechts und links ja kann ich dir jetzt ah jetzt kommt noch einen leck mich am armen und jetzt ist es wieder runter oder warte setzt sie äh speicher gegebenenfalls oh ne und passiert die folgenden gänge bis zu der sequenz mit barry schießt selbst nicht auf die monster sondern schiebt die vier scheibliche schießt jetzt muss ich nochmal speichern komm jetzt haben wir die dinger weg hoffentlich farbband habe ich auch noch warte wo ist denn jetzt der andere speicherkäse äh da drin warte ach komm da jetzt speicher ich nochmal dann im anderen komme ich da hin ach du scheiße da kann ich jetzt drei jahre rum ratscheln wurscht da gehen wir jetzt speicher ich nochmal weil jetzt kommt wieder irgend so ein monster käse war ja zehn minuten haben wir zehn minuten haben noch zeit ja wahnsinn spiel muss man jetzt schon mal muss man schon mal so sagen das speicher ich da nochmal ob wenn ich es finde, dadurch rechts rum, da rein, entschuldige, falsch, da rein, komm, man, das Spiel macht mich fertig, gut, also, da bin ich jetzt echt froh, wenn das vorbei ist, muss ich jetzt echt sagen, da hinten, da rein, da bin ich jetzt auch gespannt, da kommen wieder welche, jetzt warte, da, ah, da bei dem Pfeiler, genau, da rein, schicke Musik, Achtung, das machen wir jetzt so schnell, kann ja nicht so schwer sein, Farbband, komm, mach, nee, nicht das so wilde Bett, da kommen wir, ja, 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 man, da jetzt Bayern, man, 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 so, jetzt haben wir gesperrt, Sonne und Zettel, nee, jetzt, ah, das nervt einen, so Tode, die Perspektive da, jetzt gehen wir da rein, oder, jetzt warte, Ah, nee, jetzt kommt gleich wieder ein Monster, da raus, ja, toll, das Spiel muss man, naja, ich meine, damals ist er genauso wie das blöde Doom, das erste Doom, das war so ein richtiger Pixelhaufen, das war so echt scheißkack Pixel, war aber der, der Hit, also die, die Büroangestellten, die haben bloß noch Doom, die haben keine Büroarbeit mehr gemacht, die haben, das war vor 20 Jahren, oder was, nee, 95, 94 oder sowas, die haben dann nur noch Doom gespielt, das hat sogar der Bill Gates, hat sogar Doom beworben, weil da hat er das DirectX, äh, hat er extra entwickelt, der Bill Gates, damit, damit auf Windows endlich auch mal Spiele gespielt werden können, da hat er das DirectX entwickelt, also seit er Bill Gates entwickeln lassen, damit sein Windows, äh, eben mehr verkauft wird, damit die im Büro endlich auch, äh, nicht bloß Textverarbeitung machen können, sondern auch Doom spielen, und da hat er das echt öffentlich, äh, beworben, äh, der Billy, mit echt so einem Mantel, mit so einem, wie der, wie der, wie so ein verrückter Shooter, und, äh, im Fernsehen echt öffentlich beworben, und dann haben die im Büro nur noch alle Doom gespielt, das war aber echt ein Dreckspixelhaufen, das neueste Doom habe ich ja jetzt gespielt, also das ist echt, echt ein witziges Spiel, also das ist, weil sich alle immer so aufregen über das Doom, dabei ist das eher witzig, also weil, weil die Monster im neuesten Doom, da sind jede Menge Monster, und die sehen zum Teil lustig, ne, echt süß aus, wie so die Ghostbuster-Monster, muss ich das jetzt nehmen, was ist denn das, ah, kann ich da speichern, oh ne, komm, hier kann ich auch, ach, das hätten sie mir aber gleich sagen können, oh ne, leck mich doch am Arsch, jetzt kann ich hier auch speichern, ne, dann nehmen wir den, ach, kommt das, ja, weil jetzt kommt der Bossfight hier, komm, äh, äh, schiebt die vier Steinblöcke runter, damit, naja, gespeichert haben wir, also kommt jetzt auch rein, hier ist sie plötzlich hell, da ist sie in der Itemkiste auch noch, oder wie, das ist eine Itemkiste, das hätten sie mir aber sagen können, ja, komm, jetzt gehen wir, komm, jetzt gehe ich einfach da runter, da ist mich jetzt nichts mehr, oh weia, geht's jetzt drei Jahre da runter, oder wie, oh weia, da kann er nicht so schwer sein, ach, du scheiße, wo, da rein, oder, einfach mal, es langweitscheln, na, komm, einfach rein, komm, jetzt ist mir alles wurscht, gespeichert haben wir, ja, wie gesagt, Doom, echt lustige Spiele, alle regen sich voll, oh, die Konstanze, alle regen sich voll über den Zoom auf, wie, ich verstehe es nicht, kannst du ja meine Videos anschauen, ist echt witzig, oh, warte, jetzt geht es einfach da runter, oder wie, oh ne, runterfallen kannst du ja nicht, jetzt runter, oder, komm, oh weia, aber jetzt kann ich drei Jahre runter watscheln, schieb die vier, warte, äh, oh ne, schieb die vier Steinblöcke runter, damit am Ende der Scheissach geöffnet wird, ja, 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 komm, leck mich auf, na, komm, was haben die jetzt wieder für Probleme da, ja eben, das ist so, böse, oh ne, jetzt kommt das Monster, au, äh, and now, oh ne, schau, der böse, oh ne, schaut, der schaut doch auch süß aus, oder, so eher ein bisschen witzig, oder, komm, oh ne, schau, jetzt muss ich mal leiser machen, warte, gib mir, ja, zurückgeben, oder, ja, geben wir es ihm halt mal, äh, da macht der das, und der hat keine Munition jetzt, oder wie, war echtes Teamwerk, und ich muss die Dinger runterschieben, warte, na, das geht aber einfach, komm, äh, oh ne, muss ich aber da weg, oder, au, na komm, schieb runter, schieb runter, dabei, geschädigt, wer, bis, wie, komm, jetzt das auch runter, na, das geht aber einfach, oder, was das jetzt, äh, and now, was, mama, haha, na komm, das ist doch lustig, mama, mama ist nicht da, oh ne, was macht er jetzt, jetzt springen wir, hoppla, weil, mama, nicht da, and now, was ist das jetzt, oder wie, ready, fertig, what happens now, woran, hauptprotz jetzt, noch, das andere, äh, was müssen wir jetzt machen, warte, 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 da steht, was für schweig, ab, geht nun weiter zu dem Fahrstuhl und fahrt hoch, das ist der da, oder, äh, na, da war jetzt aber nichts dabei, oder, komm, das ist der Fahrstuhl jetzt, oder, der ist aber gesperrt, wo ist der, ah, jetzt, ah ja, oh ne, fahrt hoch, ähm, geht, äh, bei dem Brunnen sucht ihr noch zwei Einbuchtungen, bei den Brunnen sucht ihr noch zwei Einbuchtungen, wo bin ich jetzt, ach, du Kacke, da ist alles zu, Brunnen, 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 sucht ihr noch zwei, ah, da, zwei Einbuchtungen, das ist so, Kacke, da, da ist die Einbuchtung, kann man da was, ah, da kann man was rein tun, äh, ein Symbol in Form eines Adlers, aha, Adler, da müssen wir jetzt das Adlerding, warte, Woll, Adler, verwenden, peng, und dann müssen wir noch die andere Einbüchterung, ah, Konstanz in Großaufnahme, da, da ist da, da ist eine Einbuchtung, äh, in Form einer Käse, Torte, Wolf, Wolf, Nacht, Mond, Wolf, Schuhe, das ist das Originalzitat von L. Bundy, äh, ja, entlau, woran, hau, patze, oh, jetzt kommt hier ein Monster raus, oh, jetzt kommt das Endmonster, nee, ach, du Scheiße, jetzt kommt ein Speichertelefon, Speicher, Speicher, schreibt mal, Speicher, warte, äh, steigt die Stufen runter und fahrt mit dem Aufzug in das Labor, steigt die Stufen runter, steigt die Stufen, da, da, Buch, ach, da, steigt die Stufen runter, die machen ein, da ist alles rot, steigt die Stufen runter und fahrt mit dem Aufzug benutzen, ja, oh, steigt im Raum die Leiter runter, um in den Speicherraum, das machen wir jetzt noch und dann, höre ich, dann lösche ich das Spiel, oh, Errungenschaft reingeschaltet, in die Höhle des Lüben, äh, auf, oh, oh, schau dir das an, wo, steigt im Raum die Leiter runter, steigt im Raum die Leiter runter, dann speichern und aufhören für heute, jetzt mach ich nicht mehr. Ah, oh ne, jetzt habe ich alles, oh ne, das hört sich aber schon schick an, eine alte Schreibmaschine, sie können ihren Fortschritt speichern, gut, jetzt will ich es gar nicht mehr wissen, was wir jetzt haben wir noch, St. Tropez habe ich jetzt gelesen, Treppe, da jetzt, oder? Ja, kommt jetzt noch ein Endgänger, ja, es geht noch ein bisschen hier, also es sind noch zwei Kapitel in der Lösung, gut, aber das wollen wir jetzt gar nicht mehr wissen, das machen wir morgen, das will ich heute gar nicht mehr wissen, was sagt meine Lösung? Äh, zwei Zombies, erledigen und verbrennen, ach du Scheiße, zwei Zombies, warte, ist das dann schon, ah ne, da ist immer noch, ach komm, sind immer noch drei, drei Kapitel in der Lösung, warte, ja gut, wir haben gespeichert, gut, das tun wir uns heute nicht mehr an, sollen wir noch schnell reingehen, dann gut, schauen wir noch schnell was los, oh, die Tür schaut aus wie ein Gesicht oder so, warte, schauen wir noch schnell was uns erwartet morgen, mal schnell gucken, da kommt einer, hoppla, ja, da kommt noch einer, bäh, ja, schießen dann Fragen, komm, ja, hoppla, wo war ja, wo ist die Treppe runter, da ist irgendwas, was ist das, ah, noch eine Disc, oh ja, oh ne, ja, ne, jetzt werden wir aufkommen, okay, Freunde, ähm, das war jetzt noch ein Teaser, oder nennt man das so, Teaser für morgen, für, also, wenn es weitergeht, gell, also, liebe Freunde, der Volksmusik, jetzt gehe ich doch noch runter, komm, das will ich jetzt noch wissen, also, da ist es aber zu, äh, hätte ich die, was, da schon was von verbrennen, jetzt kommt der nächste Endgegner, das ist jetzt ein bunt, bunter Reigen von End, oh ne, komm, na gut, das machen wir jetzt morgen, gell, also, liebe Freunde, hier bei dem schicken Rauchsignal, ach, da kommt schon wieder einer, hoppla, na, Zeitlupe, warum, jetzt hat er, ah, da, komm, oh ne, oh ne, oh ne, die Konstanze hat da, kennt da nix, die haut, ballert das alles weg, hier, komm, macht, sie macht es zwar so ein bisschen in Zeitlupe, aber, oh ne, schau, gut, hier müssen wir jetzt aufhören, bei dem schicken Bildschirm können wir jetzt beruhigt aufhören und zum Abendessen übergehen und dann die Matratze, äh, Matratze, an der Matratze räuchen, okay, liebe, meine lieben Freundinnen und Freunde der Volksmusik, äh, herzlichen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen, wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen, also, tschüss, bis morgen und tschüss, bis zum nächsten Video.